Physische Bücher. Beides. Messi. Messi. Gar nix. Hund. Sommer. Beides. Beides, ja. Weder noch. Tattoo. Red Bull. Tee. Warm. Meer. Meer. Kälbisch. Haus. Uschen. Nackt. Pyjama. Kino. Buch. Sport. Volle Bulle. Eher gemütlich. Skifahren. Nacht. Tag. Mittlerweile eher Frühaufsteher. Hat sich ein bisschen geändert. Notgedrungen Frühaufsteher. Barcelona. Melbourne. Spanien. Griechenland. Fussball. Buchteln. Von der Martina. Sushi. Sushi. Red Bull. Ich bin verleitet Kaffee zu sagen, aber es ist tatsächlich Wasser. Ken Follett. Haruki Murakami. Ich würde fast sagen, vom Hesse, Narziss und Goldmund. Und für mich ist eigentlich auch das, ja. World was set. Der mit dem Wolf tanzt. The Walking Dead. Auch gut. Aber ich würde fast sagen, House of Cards. Penelope Cruz. Schwierig. Tobias Moretti. So! So! Wait, zwei. Hitliere. Fotgat Launcher. Glaublich. Die Cal пол. Emmer. We Produkt Nej. We reparieren. ini. 2. Vielen Dank.